Herzlich Willkommen zum Birth Talk. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie ähnlich Sex und Geburt sind. Und zwar möchte ich das jetzt gar nicht von der physiologischen Seite aus betrachten, da gibt es genug Literatur drüber, könnt ihr euch selber zu einlesen. Fakt ist, es sind die gleichen Geschlechtsteile, die beteiligt sind. Unsere Vagina als Frau, sie wird gewaltigt, sie wird stimuliert, sie muss sich öffnen, es geht um Hingabe. Fakt ist, dass es exakt die gleichen Hormone sind, die beteiligt sind beim Sex wie bei der Geburt. Bloß viel, viel höher dosiert, körpereigene Hormone. Und Fakt ist, dass, und da kann, glaube ich, keiner was anderes behaupten, Sex gut sein kann und scheiße sein kann. Und genauso kann es bei der Geburt sein, dass sie gut und dass sie scheiße ist. Und da will ich gerne genauer hinschauen, denn was macht den Unterschied aus? Also, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass Sex und Geburt ähnlich sind. Okay, lasst uns den Sex anschauen. Ganz klar, wie komme ich zu einem Orgasmus? Wie komme ich zu schönem Sex, auch ohne Orgasmus? Für uns als Frauen wäre, glaube ich, die erste Antwort ganz klar, Liebe und Vertrauen. Klar, es geht auch anders, es gibt auch coolen, technisch guten Sex, keine Frage. Aber das, was uns wirklich unser Herz erfüllt, und da werden mir, denke ich, auch die Männer recht geben, dass guter Sex mit Liebe funktioniert und sonst eher schwierig. Übertragen wir jetzt das Gleiche auf unsere Geburt, auf die Geburt unseres Kindes, unsere eigene wahrscheinlich auch, Also, es ist doch total logisch, dass Liebe, Vertrauen, Hingabe, das alles entsteht auch aus Liebe, das allerwichtigste Tool ist unter der Geburt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich diese Liebe in dem Moment spüren? Und gehen wir wieder auf den Sex. Welche Umgebung zum Beispiel brauche ich, um mich hinzugeben, um mein Herz zu öffnen? Weil was passiert denn, wenn ich wirklich, wirklich stark liebe? Es ist erstmal ein Moment, das sich Öffnens, das sich Hingebens, das sich unglaublich verletzlich macht. Ja, also ich öffne mein Herz ganz weit, man hat das Gefühl, wow, ja, jetzt kann jeder reinhauen, so ungefähr. Oder vor allem die Person, der ich mein Herz schenke, wie man das sagt, ja, der ich mein Herz öffne in dem Moment. Und es muss eine Person sein, der ich vertraue, bei der ich weiß, ich kann es machen mit gutem Gefühl. Das ist ein ganz großer Faktor für Liebe. Und wenn wir dann nochmal eine Etage tiefer gucken, es ist nicht nur die Umgebung, auf die wir ganz, ganz, ganz viel zu sprechen kommen können. Und was mega wichtig ist, ja, also mit wem habe ich das Erlebnis? Wo habe ich das Erlebnis? Ja, also plötzlich werden diese Fragen ganz anders wichtig und vielleicht für dich auch anders beantwortet. Wenn du sagst, okay, ich traue mich, das mal zu denken und zu fühlen, dass Geburt ähnlich sein kann wie Sex. Und genau, was brauche ich also, um diese tiefe, tiefe Liebe spüren zu können? Denn, man sagt mal so eben, ich liebe jetzt noch mehr und gerade in der Schwangerschaft, wo die Hormone andauernd mit uns durchgehen. Vielleicht der Sex am Ende doch nicht mehr klappt oder auch schon, keine Ahnung. Es ist oft sogar eher schwieriger für viele Paare, für gleichzeitig auch mega viel intensiver, aber auch herausfordernd zu lieben, den Partner. Und ja, was brauche ich also, um mehr lieben zu können? Mein Herz, die Erweiterung meines Herzens, die Öffnung meines Herzens und diese Liebesfähigkeit, ja, die möchte ich erweitern. Und für mich, die Antwort darauf, für viele andere Menschen, die sich mit diesem Thema Liebe schon auseinandergesetzt haben, sei es aus der Psychologie, sei es aus der Spiritualität, ja, egal. Weil, die Liebe, die Liebesfähigkeit ist ganz stark definiert dadurch, wie sehr ich mich selbst lieben kann. Womit wir bei der Selbstliebe wären. Irgendwie komme ich am Ende immer auf die Selbstliebe, merke ich in letzter Zeit. Also, über die Selbstliebe kann ich mein Herz trainieren wie einen Muskel, um die Fähigkeit zu lieben, zu erweitern, ja. Und über Selbstliebe findet ihr unglaublich viel überall im Internet und überall, es gibt Kurse, es gibt Bücher, es gibt alles, ja. Und gerade das halte ich für eine der wichtigsten Vorbereitungen in der Schwangerschaft oder am besten schon davor für die Geburt und für eine orgasmische, lustvolle, liebesvolle Geburt, dass ihr euch vorbereitet, dass du dich vorbereitest, indem du dein Herz vorbereitest, indem du in die Selbstliebe eintauchst. Und dazu lade ich dich ein. Vielleicht werde ich noch mehr Videos dazu drehen, wie das dann genau funktioniert, die Selbstliebe, total gerne. Aber, ja, love is the key. Weil, wenn wir es schaffen, wirklich, wirklich tief diese Liebe zu spüren in uns selber, und selbst in die Augen schauen zu können, zu sagen, ich liebe dich, ich liebe dich wirklich, ich habe dich schon immer geliebt, ich werde dich immer lieben. Wenn du schaffst, dir das, so wie ich gerade, selbst im Spiegel in die Augen zu sagen, und es dir so zu sagen, dass du es dir selber abkaufst, dann bist du schon ein Riesenstück weiter in der Selbstliebe. Das Ganze ist nicht von mir erfunden, das nennt sich Mirror Work. Zum ersten Mal gelesen habe ich davon von Louise L. Hay. Keine Ahnung, ob sie das begründet hat, oder inzwischen sprechen da ganz viele davon. Ein unglaublich mächtiges Tool, probier's aus. So mal als kleiner, als kleines Schmanker. Okay, das war der Birth Talk für diesmal zum Thema Liebe, Sexualität, Geburt. Und ja, nimm deine Geburt selbst in die Hand und in dein Herz. Bereite dich richtig darauf vor. Und zwar richtig, was du darunter verstehst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.